Die A1 zwischen Hamburg und Bremen gehört zu den Top 3 der staureichsten Strecken Deutschlands. Hier kracht es ständig. Schuld sind oftmals hilflose Autofahrer. Dieses Angstgefühl, ich trau mich hier nicht aus dem Fahrzeug raus. Ein Lkw-Fahrer hält die A1 für einen rechtsfreien Raum und versucht die Polizisten bei einer Kontrolle auszutricksen. Also pass mal auf, dass der hier wirklich auf der Platte komplett draufsteht. Der hat nämlich gerade keine 50 Tonnen angezeigt. 10 Uhr morgens. Dienstbeginn für die Polizeikommissare Michael Preuß und Tim Klan von der Autobahnpolizei Winsen-Lue. Er hat angegeben, er steht A1 Richtung Hamburg, da seien der Reifen geplatt. Irgendwo zwischen 3 Kofolz und Hitzfeld. Der sagt, er leidet nicht zurecht. Wir haben auch keinen Ersatzreifen dabei. Ja, wir werden uns vor Ort mal ein Bild machen davon. Der hilflose Autofahrer. Gut, wer so eine Situation nicht kennt, da fühlt man sich schon unwohl. Das kann ich verstehen. Die Polizei rät bei einer Panne auf der Autobahn, den Wagen auf den Seitenstreifen lenken, Fahrzeug verlassen und hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen. Sonst besteht Lebensgefahr. Wir haben über die Einsatzleitstelle den Einsatz bekommen, dass ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen steht mit einer Panne. Das kommt bei uns sehr häufig vor. Wir haben viele Liegenbleiber tagtäglich und viele dieser Personen haben eine solche Situation das erste Mal in ihrem Leben und wissen gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Die Gefahr ist natürlich, wir haben den laufenden Verkehr. Lkw-Fahrer sind auch ab und an abgelenkt. Da kann es natürlich immer mal sein, dass einer dieser Lkw mal nach rechts rüberragt auf den Seitenstreifen. Und dann kann es natürlich zu einem Verkehrsunfall kommen, der dann auch verheerende Folgen haben kann. Im vergangenen Jahr sind über 100 Menschen durch Unfälle auf dem Seitenstreifen ums Leben gekommen. Der wirst da eigentlich irgendwo an der Kuppe dann gleich kommen. Kurzer Hint da. Da, da hinten steht das. Guck, hier zieht er gerade ein Stück rechts rüber. Genau. Kein Warn-Dreieck aufgestellt. Das stelle ich ihm gerne hin. Wird schön viel Dreck hingemacht. Moin. Sie haben eine Panne. Wir kommen dann durchrechnen, ich mache das nicht mit. Ja. Und wir haben dann den Schadensdienst von der *** eingeguckt. Und das hat 21 Minuten gedauert. Haben die von der *** Ihnen auch gesagt, dass da jemand jetzt kommt? Ja, die haben einen Dienstleister bis aufgesagt. Ja. Da kommt in ein bis einer draufstehen. Wissen Sie, wer da kommt? Wie die Firma heißt? Das weiß ich nicht. Weil ansonsten würden wir da nochmal anrufen und ein bisschen Druck machen, damit Sie dann hier auch von der Autobahn schnell wieder wegkommen. Aber da ich leider nicht weiß, wer genau das jetzt ist, haben Sie die Telefonnummer? Soll ich sonst mal kurz in Ihrem Handy schauen? Ja. 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 Ist alles entsperrt, wie gesagt. Und dann gucken Sie mal. Wir stehen hier zumindest sicher, weil wir von weitem her zu sehen sind. Und aufgrund der Schadens bin ich also nicht in der Lage, den selber zu beheben. Daher also das erste Mal dann die 110 angerufen, damit die wissen, dass hier jemand steht und dann die Schaden stellen. Der Fahrer unterschätzt die Gefahrenlage. Der Wagen steht gefährlich nahe am Seitenstreifen. Ohne Warndreieck. Michael Preuss sieht noch ein Problem. Man kann es nachvollziehen, es ist sehr kalt, dass die Leute in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben. Wir empfehlen dennoch immer, wenn man eine Panne auf der Autobahn hat, das Fahrzeug so weit wie möglich rechts abzustellen und das Fahrzeug dann auch zu verlassen. In diesem Fall wäre es natürlich sicherer gewesen, sich hinter die Schutzplanke zu stellen. Aber auf der anderen Seite kann ich die Leute natürlich verstehen. Gerade auch die älteren Herrschaften, wie in diesem Fall. Ein bisschen überfordert. Und dann übernehmen wir das natürlich alles. Die Absicherung. Wir telefonieren auch immer gern mit der Versicherung. Fragen, welcher Abschlepper kommt. Und dann ist den Leuten auch schon geholfen und die sind sehr dankbar. Haben Sie ein Wagen-Dreieck mit? Ja. Bleiben Sie sitzen? Okay. Wir stellen das auf. Okay, dann mache ich das. Ich mache das jetzt, weil die Herrschaften schon etwas älter sind, sich hier auch nicht wohlfühlen auf der Autobahn, auf dem Seitenstreifen. Der Verkehr läuft schnell. Da ist das für uns gang und gäbe, einfach zu sagen, okay, das ist unser Metier, unsere Arbeit. Wir kennen uns hier aus. Wir übernehmen die Absicherung. Definitiv unterschätzt man die Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Man spürt es selber, man sitzt im Fahrzeug, der Lkw fährt an einem vorbei, das ganze Fahrzeug wackelt. Man traut sich gar nicht auszusteigen. Sollte noch Dunkelheit dazukommen, unterstreicht das einfach dieses Angstgefühl zu sagen, ich traue mich hier nicht aus dem Fahrzeug raus. Der Anruf von Michael Preuß beim Abschleppunternehmen hilft. Pannenhilfe beschleunigt, PKW-Insassen beruhigt. Alltag der Polizisten. Wir von der Polizei haben nicht die nötige Ausrüstung, das zu handhaben. Wir können das nicht bewerkstelligen. Und daher sind wir auf externe Abschleppunternehmen angewiesen, die dann diese Aufträge über unsere Zentrale bekommen. Und so lange muss sich dann leider auch der Herr und die Dame gedulden, bis der Abschlepper da ist und sie dann hier sicher von der Autobahn wegbringen kann. Ausgesprochen nett und wir sind froh, dass Sie gekommen sind. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für die beiden, dass sie jetzt hier zwei, drei Stunden warten müssen. Hätten sie doch lieber mal erst bei uns angerufen. Über die Abschleppzentrale hätten wir den Abschlepper locker eine Stunde, anderthalb Stunden eher hier ran bekommen. Klar, du bleibst liegen, rufst erstmal bei deiner Versicherung an. Das sind schon mal 20 Minuten, 25 Minuten, wie Sie sagten. Richtig. Warteschlange. Dann kriegst du einen an Draht. Dann braucht das auch erstmal wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis überhaupt dieser Auftrag wieder vergeben ist. Dann ruft dich der Abschleppservice an und sagt dir dann nochmal, ich brauche nochmal anderthalb bis zwei Stunden. So, dann rechne mal zusammen. Dann hockst du hier zweieinhalb, drei Stunden, bis du endlich weg kannst. Aber man kann den beiden ja keinen Vorwurf machen. Ich denke mal, das ist das erste Mal, dass sie liegen geblieben sind. Und von daher, ja, shit happens. Leider. Michael Preuß und Tim Klahn haben keine rechtliche Handhabe, die Insassen zum Verlassen ihres PKWs zu zwingen. Es bleibt bei einer eindringlichen Empfehlung. Die Polizisten setzen ihre Kontrollfahrt auf der A1 fort.